Alltagssituation in einer Partnerschaft. Die beiden gehen zum Einkaufen, was übrigens nicht gewöhnlich ist und auch nicht, dass ihr den Einkaufswagen fährt, aber bei uns ist es so. Jetzt könnte es sein, dass die Frau die Frage stellt, tja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, haben wir noch genügend Waschpulver daheim? Weißt du es? Also ob das zu meinen Aufgaben gehört, was weiß ich, wie viel Waschpulver wir noch zu Hause haben? Okay, Streit vorprogrammiert, weil die Frau sich jetzt denkt, das ist wieder typisch, ich muss mich um alles kümmern. Es wäre so einfach, wenn die Frau die Frage stellt, Mensch, weißt du jetzt, ob wir noch genügend Waschpulver daheim haben? Ich weiß es gar nicht. Schatz, das weiß ich auch nicht, aber nehmen wir einfach noch eins mit. Okay. Schauen Sie, allein durch die Antwort des Mannes zeigt er ihr, ich interessiere mich für dich. Es ist mir nicht alles egal. Es ist so ein kleiner Unterschied, der aber dazu führt, dass die Frau sich ernst genommen fühlt und selbst wenn der Mann sagt, ich weiß es auch nicht, aber dann machen wir einfach noch was, nehmen was mit, fühlt sie sich ernst genommen. Passen Sie in kleinen Alltagssituationen auf, wie Sie da miteinander umgehen und passen Sie überhaupt auf sich und aufeinander auf. Ihre Sekret Sonnenholzer. Passen Sie in kleinen Alltagssituationen auf, wie Sie da miteinander umgehen und passen Sie in kleinen Alltagssituationen auf.